Ja, dass unsere neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig sich verschiedene Seiten sowie Beispiele aus anderen Ländern ansehen möchte, hat mich schon überrascht. Ich nehme wahr im Gespräch mit vielen jungen Leuten, dass sie sich da andere Linie wünschen. Da kann ich zum heutigen Tage, dafür bin ich einfach zu kurz im Amt, noch nichts versprechen. Das Einzige, was ich versprechen kann, ist, ich werde mich dem Dialog nicht verwehren, sondern ganz im Gegenteil, ich werde ihn offensiv führen. Mit Psychologen, mit Medizinern, Strafrechtlern, aber auch den zuständigen Verbänden, um mir mal versuchen, ein Bild zu machen. Wo die Reise denn hingehen könnte? Und erlauben Sie mir den letzten Satz, ich werde mir auch andere europäische Länder anschauen, die zu dem Thema auch eine sehr unterschiedliche Politik betreiben. Aber selbst wenn sie für die Legalisierung wäre, dann müsste sie immer noch Politiker aus ihrer Partei, wie zum Beispiel Emmi Zollner, überzeugen, die mit ähnlich guten Argumenten kommt, wie unsere ehemalige Drogenbeauftragte Marlene Mortler. Ich will auch gar nicht über Frau Mortler jetzt reden. Deswegen sage ich es aber, weil ich finde einfach, was da passiert ist, ist wirklich eine, also da gab es dann Zeiten, wo man die Hinrichtung von ihr gefordert hat und lauter so ein Schmann. Also sorry, ich habe, also das sind keine entspannten Kiffer, die da unterwegs waren, ja. Das ist, damit hat man mich zumindest auf jeden Fall bis ins Letzte davon überzeugt, dass man nicht entspannter wird, wenn man kifft, ja. Ja, auch wenn ich jetzt schon drei Videos über Emmi Zollner gemacht habe, gibt es immer noch Aussagen der Legalisierungsgegnerin, die wir uns noch nicht angesehen haben. Also habe ich für euch die letzten Aussagen von ihr zusammengefasst, um das Kapitel vorerst abschließen zu können und zu sehen, welchen Aussagen sich Daniela Ludwig potenziell stellen müsste, falls sie zu dem Entschluss käme, Cannabis legalisieren zu wollen. Also lasst uns alle nochmal zusammen die flache Hand auf die Stirn klatschen, denn das wird bei den folgenden Aussagen nötig sein. Unsere Drogenbeauftragte Marlene Mörtler steht wie ich für eine ausgewogene Drogenpolitik mit den bewährten vier Säulen. Prävention, Beratung und Behandlung, Hilfe zum Ausstieg als Mittel zur Schadensminimierung und Bekämpfung der Drogenkriminalität. Die Zahlen geben uns recht. Der Konsum illegaler Drogen und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken sind in den letzten Jahren insgesamt rückläufig. Naja, also was vor allem diesem Konzept geschuldet ist, ist, dass die Anzahl von Betäubungsmitteldelikten und Cannabisdelikten in Deutschland rapide gestiegen ist. Und wenn man sich mal die Statistik vom Bundeskriminalamt ansieht, die die Zahl der registrierten Drogentoten in Deutschland festgestellt hat, dann sieht man, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren die Zahl eher gestiegen als gesunken ist. Des Weiteren zweifle ich sehr stark an, dass mit der aktuellen Verbotspolitik eine gute Suchtprävention und Aufklärung gewährleistet wird. Die allgemeine Handlungsfreiheit des Artikel 2 des Grundgesetzes erkennen wir selbstverständlich an. Jedoch hat bereits das Bundesverfassungsgericht in seinem wegweisenden Cannabisurteil von 1994 festgelegt, dass ein Recht auf Rausch nicht besteht. Diesen entscheidenden Tenor hat das Gericht wiederholt in aller Deutlichkeit bestätigt. Eine Legalisierung würde die Präventionsbemühungen gegenüber potenziellen Erstkonsumenten nachhaltig schwächen und ist ein falsches Signal. Und genau das sehen viele Menschen anders, wie zum Beispiel der Jugendrichter Andreas Müller, der in der Zukunft unter anderem deswegen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen will, da das Verbot für ihn nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wobei ich ihm absolut Recht geben muss und ihn noch viel Erfolg wünsche. Sozialer Abstieg beginnt nicht mit der Kriminalisierung, sondern ist oftmals eine Begleiterscheinung des Drogenkonsums selbst. Ich bin der Giro Pagnozzi, bin 40 Jahre alt und habe drei Kinder und Frau. Ich wurde hier in der JVA unrechtmäßig eingesperrt. Am 8. November bin ich eingecheckt. Am 29. heute bin ich wieder ausgecheckt. Ich finde es nicht richtig, ich habe niemanden geschadet, niemanden vergewaltigt, niemanden bestohlen, ermordet. Ich habe nichts gemacht, ich habe niemanden geschadet und habe hier drin optimistisch. Der regelmäßige Konsum illegaler Substanzen verändert die Persönlichkeit, erschädigt die Gesundheit und treibt die Menschen in die soziale Isolation. Speziell im Betäubungsmittelrecht hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Cannabisurteil festgelegt, dass bei geringem individuellen Unrechts- und Schuldgehalt die Möglichkeit besteht, von der Strafverfolgung abzusehen. Gerade hier wird einer unnötigen Stigmatisierung heute schon entgegengewirkt und der Staat wird dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gerecht. Also meiner Meinung nach ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein und eine gute Möglichkeit für die CSU und CDU, sich für die weitergehende Strafverfolgung zu rechtfertigen. Mehr nicht. Was ihr darüber denkt, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren dalassen. Es ist und bleibt uns ein zentrales Anliegen, den Handel mit Betäubungsmitteln zu bekämpfen. Doch weder die Entkriminalisierung noch die Legalisierung können geeignetes Mittel sein, der Drogenkriminalität ihrer wirtschaftlichen Grundlage zu entziehen. Und bitte vergessen Sie nicht, auch bei dem Handel mit legalen Waren existiert ein Schwarzmarkt und die Beteiligung der organisierten Kriminalität ist nicht ausgeschlossen. Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht? Die örtlichen Alkohol-Lila, bei denen man gepanschtes Bier und Wodka holen kann. Dass dieses Argument in Kanzlerweise zieht, sollte eigentlich sogar ihr bewusst sein. Zum Ende habe ich euch noch ein paar Aussagen aus dem Interview mit Georg Wurt vom Handverband herausgesucht, die ich in meinem letzten Video noch nicht verwendet habe. Gleichzeitig halte ich es für wichtig, eben auch das Ganze in Relation zum Alkohol zu setzen, weil eben da rechtlich vollkommen unterschiedlich mit umgegangen wird. Ja, und dann ist es einfach so, dass wir, gerade wo ich aus Bayern komme, haben wir natürlich da eine gewisse Kultur, was zum Beispiel den Bierkonsum angeht. Und das kann man einfach nicht ausblenden. Es ist einfach so, dass es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Prägungen gibt. Und dann habe ich es in den arabischen Ländern, da ist Alkohol verpönt. Wenn ich dann weiter südlich gehe, dann ist es so, dass ein Wein zum Essen mit dazugehört. Bei uns ist auch ein Rausch toleriert. Und in manchen nordischen Ländern gehört es dann zum guten Ton dazu, dass man ordentlich betrunken ist. Also es gibt natürlich einen kulturellen, einen historischen Kontext. Und bei uns ist es einfach Fakt. Aber ist Ihnen denn nicht bewusst, dass es auch eine Cannabiskultur in Deutschland gibt? Wir haben vier Millionen aktuelle Konsumenten, 14 Millionen laut offiziellen Zahlen, wahrscheinlich sind es noch mehr, die Konsumerfahrung haben. Und das geht quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Da gibt es auch jede Menge Leute, die eben zum Beispiel den Joint zum Abendessen, wie sie sagen, das Bier zum Essen, eben dann Cannabis bevorzugen. Also für mich hat der Kinder- und Jugendschutz höchste Priorität. Ich denke gerade, weil der Staat eine Schutzfunktion hat, sollte er diese auch wahrnehmen. Und die ist nicht gewährleistet, wenn der Staat Millionen von Konsumenten auf einen Schwarzmarkt schickt, wo auch gestrecktes Cannabis unterwegs ist, was eine zusätzliche Gesundheitsgefährdung für die Leute ist. Sondern es wird Zeit, diesen Markt zu regulieren, zu besteuern. Und Dinge wie Jugendschutz einzuführen, Qualitätskontrolle, Werbeverbote gehören natürlich auch dazu. Da gibt es eine Menge sinnvolle Regulierungen und Maßnahmen, die viel besser sind als der jetzige Schwarzmarkt. Und die Legalisierung kommt sowieso. Der weltweite Trend ist eindeutig. Wir müssen uns mal langsam überlegen, wie wir das organisieren wollen mit der Legalisierung, bevor wir am Ende die letzten Deppen sind, die völlig ohne Plan dastehen. Das war meiner Meinung nach das passende Schlusswort für das Video. Wie ihr seht, hätte es unsere neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig nicht leicht, selbst wenn sie für die Legalisierung wäre. Denn von Politikern wie Emi Zollner gibt es leider zu viele in der CSU. Ein Beispiel wäre da Stefan Pilsinger, der genauso gegen Cannabis wettert und in der Vergangenheit mit so etwas auf sich aufmerksam gemacht hat. Mir geht es nicht darum, mich falsch anzubiedern, sondern um die Gesundheit der Menschen. Deshalb will ich eine Welt mit weniger als mit mehr Drogen. Vielen Dank. Ich werde euch jedenfalls auch in der Zukunft auf den Laufenden halten, was die Cannabis-Legalisierung und Infos über Cannabis angeht. Und hoffe, euch hat das Video unterhalten. Falls euch noch weitere Politiker einfallen, die Äußerungen dieser Art gemacht haben und über die ich noch kein Video gebracht habe, dann würde ich mich über einen Vorschlag sehr freuen. Zum Schluss möchte ich mich wie immer bei allen bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und immer so fleißig kommentiert. Falls ihr jetzt noch Lust habt, dann könnt ihr euch noch eins meiner anderen Videos ansehen. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.